und weiter geht es ist es gewesen wäre und wir haben keine Zeit mehr und wie keine Zeit mehr ich laufe ja wir haben auch ein Problem mit der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit der HBG BG BG es ist halt es ist verdammt kalt die Bergsteilze hoch die sind so viel zu reizigen tun oder der Neuzeit das ist nicht schön ich hoffe damit wir Zeit bekommen wer wird es geschafft Hühnchen ja auch immer dann sind jetzt folgliche Kräfte wo auch tot und es ist eine epischen Kräfte die sehr das Spiel ist und wir gar nicht eigentlich Hardcore wenn man nicht so viele Versuche hat ja ich weiß aber es geht ja auch nicht nur um die Herausforderung so nein springt oh tot ich glaub der Dude Lebo der hat auch ein Metal Slug Teil gezockt das kann gut angehen der Dude Lebo ich glaub der jetzt den dritten Teil oder so das kann sehr gut angehen ich mein mich noch nicht dazu können dass ich... war ich glaube an dich du schaffst ey noch was ich überlebt Brief Archiviert und noch so viel ne siehne wie so sehr zerspatschen aus sieht das zu Matschen aus doch nicht das sah aber verdammt zerspatschen aus ich hab eigentlich du es aber eine Mischung ist nicht mehr da oh meine ist noch ok Danger Töne ist Gefahr vor oh nein ok ah ich verstehe ich verstehe du musst rüber während ich das Ding da hoch Baller ich kann mich nicht treffen oder mach das Ding da einfach kaputt ich kann mich nicht treffen ich mach mal Granate Biu Bäm genau getroffen bringe ich zum Explodieren mit einer Granate oder mit 5 Granaten ich hab alles kaputt gemacht oh ich hab den Sprungknopf nicht Frosch 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 ok neuer Versuch huuuu äh äh Moment ok jetzt aber springen danke Tastatur oh das hat zum Glück noch geklappt ok ach fick dich doch du bist so ein Scherz Nääääää jäääää ich hab so viel Job im Alter gespielt oh wow wow oh das gibt doch jetzt voll die Munition was macht der Vogel da mit dem Ei äääääääääe oh das war ich gerade wir sind beide getötet worden weil wir sind vor lang guck da Fick dich Vogel ich hab dich eingeworfen ich hab dich eingessern einfach einsammeln jetzt wirst du vergewaltigt oh mein Gott dr die Aachen in Europa wie die Bär haben ich hab den Teddybär so wird die Friere hochbringen okay und ich habe nicht die Leute ab Frosch Acht der Megatyp hier ist nicht anballern der Restorene ist an Ballert Oka 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 Schiff Kartoffel die Granaten auch er wird mit seiner Kette und würde damit ein Polen immer typisch wird ganz braun im es war am Ende gehört er wird er wird er hatten wo er wird die vollkommen für die geile Waffe ich will auch haben so will ich das verdammt ich hab ihn getötet ich sammle das ein gab nichts Pordvogel mein Hippie meiner nein meiner ja da diese bin ich so schlecht weiß ich nicht aber kontinuierlich besser ich renne einfach nur durch im Baller und boah ich hab die Muster eingesammelt ja eigentlich schon ok ich hab zwei Hippies ich darf nie wieder sterben Granaten Granaten ich hab grad noch gesagt ich darf nie wieder sterben Granaten ey wenn man jetzt mal auf die Zahl der Continuos schaut sieht man dass wir schon 14 mal ein Continuo gebraucht haben und das ist glaube ich mit 3 Toten immer kriegt man ein Continuo das ist echt lächerlich eigentlich aber ja 2 und 40 hätten bretter alles explodiert alles fällt zusammen nur wir nicht die Leitner wir überleben gucken wir laufen in den Schuttern hier ja die Schachtel Panzer Hilfe Stier keine mehr ok du hast ihn getötet sehr gut Oh Gott Panzer Nein Gibt's ihm echt saures ich von hier hinten sehr gut ok sehr schön sehr schön Hippie mein Hippie Hippie Messer Oh nein Oh nein ok gleich ist mein Panzer nicht mehr vorhanden glaube ich also ich greife Granaten runter ja sehr gut hast du sehr gut gemacht ja ich danke dir ich bin stolz Oh Baum weggeballert Pfff Pfff Oh Gott ich muss Panzer ich muss raus Panzer 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 tot Irgendwie Boah ich kann hier die Treppen runter Kanaten von oben von oben von oben Scheiße Ballerballer Ballerballer ok wir haben Hippie Meiner ich bin hier voll Muskel-Shirts aber ist das schon voll kalter Nein sind voll die epischen oh Gott was ist das für einer ey äh ich möchte mit dahin ballern er wirft irgendwie Minen ja Minen mag ich nicht Granaten haben wir noch was ne ich nicht mehr ich balle einfach weil mein Vorwurz-Raketen oh ich balle einfach weil mein Vorwurz-Raketen von hier ich tue ihn so oft Granaten werfen aber der tut es einfach nicht die Schweinebacke ich springe und schieße woher war was war das der die Hälfte zurückgottet Frank Hilfe da habe ich es wieder ja eh ja eh ich balle ab und er konnte die Übete oder es bleibt die Dingswaffe ich auch nach Koffer der Raketen nicht Granaten ich auch fick dich doch du Bastard ich lasse dich Granaten eine andere Richtung und ich bin Vorsicht auf Aua Alter Aua ich bin ausgewichen wie auch immer ich bin zweimal ausgewichen wie auch immer ich bin dreimal ausgewichen oh mein Gott ich hab's raus oh nein ich hatte gerade die epische Waffe und ich will den Hippie rennen Hippie 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 soweit sind ich muss gut für die Ankunft was und Pentles Jo und ich halte interessante ich habe Lucia Kalt und ich habe es weiter zukünftig durch die Gefechte zurück Nein ich weiß es nicht Basu Kartot auf Erche ich kriege auch viele Reitmassen Grießkram Ja es hat ihr auch geschafft Obes Opa der Haftel Gernpanzer die Ausländer gerten oder was auch immer mit dem Machen muss ich müssen einander er wird sich an Atem diese Kölner durch H okay ich will da oben unbedingt hin der Heilige hier so weit ist die Raketen das ist genauso wie ich es wieder hochkommen ich werde mich stehen die mal du hoch und versuch von der und er hat bei mir auch und mach auch ganz klar es läuft es läuft aber mir nicht okay er ist nicht wo ich steht Nein Lost Connection Nein Dann macht er einen Cut